jo meine freunde wir gehen heute mal auf ja wieder mal ein bisschen ui vom hungrigen hugo ich bin sehr gespannt hoffentlich bringst du uns mal wieder zum lachen los geht's auf gar keinen fall mitglied werden nur abzocken dieses diese werbung wird immer so perfekt eingebauten mit max und insko kann ich sage was mag ich mag ich mein fahrrad wird mir geklaut einfach 1984 das ist so heftig da war monte erst zwölf neue aufgabe das ist das für den adler zeug mir einfach abblitzen lassen ich habe 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 erst mal die werbung es gibt nichts schlimmeres als sich an den eiern zu zwicken und wenn du jemals deine eier eingezwickt manscape lawnmower 3.0 wurde speziell dazu entworfen und das rasieren unterhalb der gürtel ist für werbungen sascha safe am selben abend noch kannst du mal vorbeischauen liebe grüße was der du mein gott meine kompletten holen ist nass du dann schreibt die stelle maus da wasser um ein in gott in die hier der bescheuert ist ja die völlig los was seid ihr denn die los sind ihren bruder will schlafen Hallo, wir wollen doch noch mal rausgehen. Wir wollen doch noch mal rausgehen, Digga. Hallo. Oh mein Gott, da hat gar kein Bock. Komm, wir wollen rausgehen. Komm raus. Du musst doch jetzt noch gleich ein fein Kacki machen. Hallo. Ja, nix für schwache Nerven. Oh, okay. Och Mann, ey, Kylo. Krach ist es. Oh mein Gott. Monte im Mario Kart Turnier. Bist du Link? Das war es letztens. Oh ja. Hey, Kylo. Okay, das war es mit der Wette. Monte reagiert auf kein Konzept. Nee, Kylo. Jetzt, ey, Bruder. Oh mein Gott. Ich habe es dir nicht auf den Tisch, oder? Ich habe es mir nicht auf den Tisch ontmis. Was ist das für heute? Lass mich nicht hängen, Bruder. Lass mich bitte nicht hängen. Oh mein Gott. Ganz fein, die. Das tut mir heute weh, nachdem ich Herr der Lego-Teile hier kenne. Ne, wie heißt er denn? Lauter Lego-Teile. So haben wir so nachte Papa, na nachte Papa, damals in Gymnasien gab es diesen Song als Analyse, haben wir einen Test darüber gemacht und ich habe eine Sex-Bot-Kam und danach bin ich runtergeflogen auf die Realschule. Lea! Hat der ja Toretto oder so? Jinii!" precision ohhhhohohohohohohoho Quando Review oso das scratched mit flakes Den Ring ziehen, den Ring ziehen, entsichern, entsichern, den Ring ziehen, zieh den Ring, zieh doch dran, bist du blöd? Geht es, geht es. Zielen, zielen. Ah, ich hab Angst. Dann mach doch. Bamm. So, Micky hat keine Rauchgranaten mehr, wir können los. Darauf erstmal bisschen Ketchup, probate. Was war das bitte? Micky, willst du ernsthaft da umsitzen und auf den Scheiß Ketchup warten? Gehasperl den größten Boxkampf deines Lebens gegen diesen Mann hier. Der gibt dir den Arschbrücher des Todes, wenn du den Kampf nicht ernst genug nimmst. Guck dir den Killer doch an. Bist uns sehr viel gut betont, das T-Shirt von der Mache. Primax, einfach deutsche Obelix. Das Verschuldnis. Ha 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 ha. Das ist sehr viel später, die... Ey, Papa, gib mal deine Flupe, ich will auch ein Zug her. Junge, du hast auch nen Boxkampf, warum rauchst und frisst du so viel? I'm tomming, ja. Mama, Papa, darf ich bei euch schlafen? Da ist ein Monster unter meinem Bett. Nur spaßig lieb dich Ich hoffe, ich werde nicht wegen Bodyshaming gecancelt Apropos Bodyshaming, was macht der Lauch eigentlich so? Ich werde einfach weiter Fahrrad fahren, will sich am Ende der Taten Oh mein Gott Ich bin mit dem Fahrrad bis zum Fahrrad gefahren Und von diesem Fahrrad zum anderen Fahrrad werde ich weiter fahren Elena hat Monti doch noch den VIP-Zugang Mit dem Fahrrad zum Fahrrad gefahren Oh yeah Gegönnt Am Ende der Land Junge, alter Masse Am Ende der Land werden die Hasen gezählt Ja, Freunde Ein Tag in Knossis Leben Wer hat Bock? Stimmt So Ja Do No Und die mit? Oh mein Gott Wie geht? Wie geht? WOLK Streamlabs Tschüss! Okay. On-Stream-Eskalation mit Ron. Du bist noch richtig, was du bist. Wenn du das für einen reinfraunst, das gibt es doch nicht. Aber ich würde niemals von einem fremden Menschen das Handy kaputt machen. Es sei denn, ich würde darauf keine Ahnung Kinderparks finden. Natürlich, dann würde ich das zerstören. Ich würde es einfach zum Punkt weiter. Es geht so, wenn man gegen solche Leute antwortet, es wird schwierig an der Stelle. Kellys knallharte Konkurrenz. Wie immer, der Schluss fickt alles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht gerne das Abo weg und das Plus. Und das Däumchen da oben. Plus das eher TikTok-Show. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Schaut auch gerne auf Insta. und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao! Los geht's! 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 Vielen Dank.